I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent truly I ain't got no business here but since my friends are here I just came to kick it but really I would rather be at home or by myself not in this room with people who don't even care about my well being I don't dance don't ask I don't need to go lebt olaf olaf lebt noch und ich habe beide bekommen olaf ich komme ja leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute eine kleine ronde berghaus und wie an meiner hotbar schon seht jo vielleicht der hat ja da ein paar komische dinge mit denen normale leute eigentlich nicht so spielen wir spielen heute ein bisschen mit unserem pferd mit unserem kleinen olaf ne olaf der ist heute ganz ganz hungrig auf ein paar kills und wenn olaf scheiße olaf nein olaf du hast olaf getötet was ist denn bei ihr falsch gelaufen er hat einfach olaf getötet leute was das geht bei ihm also mann du du fehlst mir du fehlst mir einfach olaf ist nun lebewesen was mich in dieser runde begleiten wird denn ohne olaf kann ich nicht leben leute ohne olaf ist das leben einfach sinnlos und wir werden olaf 10 und hoffen dass er uns in der runde begleitet bis zum bitteren ende und dass ihn kein gegner tötet wie dieser nette kollege hier so bruder geh von meinem olaf weg oh nein oh nein olaf olaf nein olaf lebt olaf olaf lebt noch und ich habe beide bekommen olaf ich komme es tut mir leid dass ich dich allein gelassen habe olaf oh mein gott zum glück hat er dich nicht getötet olaf alles gut alles check super klasse olaf ok olaf mach keine scheiße olaf olaf komm komm einfach hier rüber ok olaf mach ganz entspannt olaf 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 nein ich habe keine kompfebs olaf wasser 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 nein komme wasser wasser ja 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 jetzt lass mich raus komme komme olaf 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 was tust du mir nur an in der nächsten runde angekommen warum olaf mich heute so absolut gar nicht mag und mich irgendwie nur umbringen will weiß ich auch noch nicht so ganz aber wir schaffen das zusammen olaf ich glaube die runde das fühle ich die wird gut ich bin mir ziemlich sicher dass sie gut wird so olaf alles fit so an sich fühlt sich gut heute ja ne fühlt sich gut heute super so dann bitte mich jetzt nicht in die lava schubsen das wäre echt nett olaf bau hier nicht schon wieder so eine scheiße olaf das ist echt nicht gut olaf bleib da wo du bist olaf ich 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 helfe dir kann der mal herkommen hallo olaf ok alles gut olaf bleib da ich ich hole dich vielleicht zieht ihr uns nicht olaf auch olaf du bist so ein stur bock ne also wirklich jetzt manchmal verstehe ich echt nicht warum du so ein stures stück bist jetzt wirklich ha nein oje ich bin doch gleich tot nein olaf was machst du nur olaf ha nein ich muss olaf holen geh weg junge ich muss olaf töten äh nein olaf olaf steht da noch drüben oh mein gott olaf nein ah ich bin noch so tot olaf was soll das nur mit uns beiden werden olaf was soll das nur mit uns beiden werden so leute in der nächsten runde angekommen ich glaube jetzt weißen wir hier was also olaf ich weiß weiß echt nicht was mit dem stur bock heute los ist irgendwie mag der mich heute echt gar nicht also zeben hat er nicht so lust drauf und wir hatten nicht so wirklich lust olaf wag es dir olaf 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 o mein gott olaf ich wusste es ich wusste dass du mich einmal mögen musst olaf also jetzt kann es losgehen weil olaf lebt und wir schauen jetzt was hier in der runde abgeht olaf wo willst du denn da schon wieder hin eigentlich wenn du berger klimmen willst dann sag bescheid wuh so bruder nicht olaf nein 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 olaf 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 o mein gott ich werde dich so töten du asozialer hast einfach meinen olaf weggekillt Junge was geht denn bei dir ah ist der rennt da olaf stirbt nicht ohne rache komm her olaf muss gerecht werden bruder ich werde olaf so hart rächen egal ob du willst oder nicht ich werde ihn so rächen nein ich ich glaube wir schaffen das heute noch mit olaf also ich weiß olaf ist ein spezielles geschöpf ja aber ich denke das lässt sich definitiv organisieren olaf mach jetzt mach jetzt nicht schon wieder so ne scheiße sei mal ja hier teamplayer genau so gefällt mir das olaf so olaf du bleibst da ja ich will kurz stuff und dann machen wir uns auf den weg den töten wir bam junge nein nein ich hab nicht och nein ooooh gönn den zuschauern jetzt mal hier ne schöne runde so olaf olaf bist du bereit bist du bereit ja ok dann abfahrt olaf olaf nicht sterben ja alles andere als sterben nein olaf olaf ist tot olaf das war's olaf ich werde dich rächen die runde wird's unser sein was machst du nur nein der hat hasenfut olaf ich glaube in der heutigen zeit leute ist es einfach unmöglich mit olaf eine runde zu gewinnen also olaf ist eh nicht so der beste minecraft spieler leute bisher also wir müssen ja mit ihm gewinnen ist ja klar aber heißt es denn im gleichen hinein dass wir mit ihm gewinnen müssen wenn er gerade dabei ist heißt das nicht theoretisch auch dass wir ihn jetzt sage mal hier lassen können und einfach ohne ihn ein bisschen was machen und dann komme ich wieder im richtigen zeitpunkt und rette ihn einfach von hier okay sobald der letzte gegner da ist werde ich olaf rächen oder wird wird mit olaf den letzten gegner den letzten fight austragen und dann werden wir zusammen einfach diese runde dominieren nur noch kurz mal ein bisschen zucker hier aber du musst aufpassen nicht dass du stirbst oh oh nicht dass ich sterbe nicht dass du mich umbringst olaf olaf du musst hier jetzt auch mal ein bisschen teamplay machen okay ich mache schon die ganze arbeit für dich ja ich carry dich durch die runde ist kein problem aber du musst jetzt hier mal ein bisschen ein bisschen vorsichtig sein und auch mal ein bisschen nicht mehr nicht mehr den antimädchen vor den zuschauern spielen also das finde ich echt gut von dir das ist echt uncool so vom ding her olaf du stirbst hier heute noch ich sag's dir wenn du so weitermachst und so stur bist ja super olaf so zieh mal hier an und bleib jetzt hier okay olaf okay schaffst du das super finde ich gut okay dann geht's jetzt los olaf der typ kommt jetzt rüber okay bleib da wo du bist ich regel das für uns okay nein huuh olaf der geht hier ein bisschen auf angelplay müssen wir ein bisschen darauf achten dass er dass er nicht überwiegend da die angel schwingt ich will ihm nur damage machen ein bisschen und dann gehe ich gleich zu olaf olaf ich komme olaf ich bin wieder da okay olaf ich komme gleich runter okay und dann töten wir ihn zusammen okay und gleich wenn er auch runter kommt ah fuck oder ich töte mich selber nein olaf olaf du kannst doch da nicht stehen olaf nein olaf sprengt uns weg olaf was machen wir jetzt olaf was tust du nein olaf 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 lebst du lebst du alles gut super und jetzt rauf da olaf komm nein olaf olaf beinahe haben wir es geschafft okay er hatte noch vier herzen fünf herzen ich würde sagen wir stellen hier olaf unseren olaf den schwimmen wir unten wieder ab und olaf mach jetzt keine scheiße olaf ich würde sagen ich mach hier wieder ein bisschen den carry für dich okay passt das ja super und du brauchst mir nicht deine zähne zeigen alles gut ich würde sagen ich mach hier wieder so ein bisschen den carry für dich und am ende reißen wir das wieder zusammen außer du stirbst wieder so dämlich wie gerade eben also dann ist es eh wieder was völlig anderes olaf und rauf auf den braten so da ist der erste weg olaf geht's dir gut da drüben alles gut super freut mich olaf du bekommst besuch du müsstest mal gleich ganz kurz aufpassen auf dich ich muss ganz kurz hier nur noch was erledigen okay dann bin ich direkt da so olaf ich würde jetzt rüber kommen ich bin jetzt gleich da olaf sekunde alles gut olaf bin da bin da alles gut läuft's bei dir olaf unten alles fit so an sich olaf der will zu dir runter kommen olaf so olaf geht's dir gut olaf olaf ich bekomme besuch hier oben olaf wenn du ein teamplayer wärst hättest du mich mal unterstützen können so jungs ich würde sagen wir legen olaf erstmal kurz ab und olaf bleibt fürs nächste oder vielleicht kommende nächste video im mysterium ob wir es irgendwann mit ihm in einer runde schaffen leute ich würde sagen wir wählen uns jetzt mal das tank aus und versuchen hier noch eine ordentliche runde zu reißen ich schein jetzt mal gleich hier ein bisschen ein bisschen ernster spiele als mit olaf hat der typ sich jetzt darüber gepurlt um sonst was zu erreichen erreichen ich weiß zwar noch nicht was er damit erreichen würde jo als ob er mir den hit einfach drückt oh no hu alles gut ein herz so leute wir werden jetzt mal hier kurz mal ein trick versuchen super und dann setzt er das tnt so hopp und gleich sprengt da unten alles weg der ist halt im low ground aber ich hab full life und ich bin im low ground komm nein ach Junge wenn du jetzt weg kommst du kleiner Lacker ja komm her nice gg an dich so Jungs der nächste Gegner ist da äh abfahrt oh nein er hat eine Angel mit der Angel ist er halt im Wasser komplett überlegen da will ich mich jetzt ungern drauf einlassen und da ist er tot das ist jetzt eine sehr spannende Situation und da ist der aus der Mitte schon mal down also ich bin eigentlich nicht so der Watt Fan aber Bruder dass du da die Watt gemacht hast und den Typen damit runter gehauen hast finde ich sehr gut nein lol danke und als ob ich ihn rüber geboost hab alter so ein Mist die fighten jetzt nein ich hab meine Angel gedroppt no 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 nein ja da war ich tot schade ich hab halt meine Angel gedroppt da war ich äh im soup feeling Leute ich hoffe euch hat das Video gefallen schreibt mal gerne in die Kommentare ob ich nochmal die Challenge weiterführen soll mit unserem Olaf dem netten Minecraft Spieler und ja bis zum nächsten Mal und ciao bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal